Hallo zusammen, ich bin Nicola, das ist Robin. Wir machen die Lehre als Konstrukteur bei Agathon und nehmen euch heute mit. In der Lehre zum Konstrukteur lernt man das Zeichnen von Hang, das Arbeiten an einer Maschine in der Lehrwerkstatt und das Montieren von Teilen in der Montage. Da wir in der Agathon sehr komplexe Maschinen entwickeln, haben wir vielfältige Aufgaben. Ein Vorteil ist, dass man selbstständig arbeiten und so mit anderen Abteilungen gut zusammenarbeiten kann. Ein grosses Plus in der Lehre in der Agathon ist die eigene Lehrwerkstatt und das Montagepraktikum. Im Montagepraktikum lernt man die Produkte der Agathon noch besser. In dieser Lehre arbeitet man viel mit anderen zusammen und darum sollte man sehr gut im Team arbeiten können. Jemand, der die Lehre als Konstrukteur machen will, sollte gut in Mathematik, Physik sein und gerne am PC arbeiten. Praktisch ist, dass die Agathon direkt neben dem Bahnhof Pellach ist. Mit unserer Lehrmeisterin sind wir auf einer Augenhöhe und werden auch wertgeschätzt. Im Team der Agathon ist mir immer herzlich willkommen. Wenn euch gefallen hat, was ihr heute gesehen habt, dann bewertet mich doch noch jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.